Es ist die Carola. Carola ist heute das zweite Mal da und war jetzt fünf Kilometer. Fast. Fünf Kilometer mit Pakita. Und sie ist gerade schon feste abschrieben. Was hast du zu erzählen, Carola? Die Pakita ist super an der Leine. Ich bin das gar nicht gewohnt, weil sie überhaupt nicht zieht. Ist sehr aufmerksam. Auf jedes Geräusch guckt sie sofort. Ah ja, wir haben einen Jogger gesehen. Es war ihr total egal. Frau mit Kinderwagen war ihr auch egal. Ein bisschen suspekt waren zwei Männer. Da hast du mal geguckt, aber die waren auch lieb. Auf Autos guckt sie in der Ferne und ansonsten wird geschnuffelt, Zeitung gelesen. Das war wirklich toll. Spannend und ruhig. Nur das Gesicht hat man kaum gesehen, weil sie immer nach unten geschnuffelt hat. Ja, sie hat auch Fotos gemacht und Video. Das kommt dann nach. Da gibt es dann jetzt wieder einen Shitstorm, Sonja. Hund auf den Tisch. Ist uns gerade mal jetzt egal. Zuhause würden wir das ganz anders machen, ja. Ist er runter? Ja, nicht auf mich runter. Auf den Schoß. Ach ja, ist das schön. Guck, sie bedenkt sich für das Gassigehen. Ach, ist das schön. Das hat Gott gemacht, sehr mit uns. Ja, das hat ich Gott gemacht. Das sind ja noch die Ohren selber.